Hallo, ich bin's wieder. Für die Nachbereitung Ihrer Exkursion können Sie die Anwendung CoSpaces nutzen. Gemeinsam mit Ihren Klassen haben Sie die Möglichkeit, den Ort nachzubauen, den Sie bei der Exkursion besucht haben. SchülerInnen können sich einerseits kreativ ausleben und andererseits noch einmal die Inhalte der Exkursion strukturieren und in einem Gesamtbild betrachten. CoSpaces ist eine Online-Plattform und eine App, die es Nutzern ermöglicht, virtuelle 3D-Welten, interaktive Geschichten, Spiele und Simulationen zu erstellen. Die Plattform richtet sich vor allem an Schulen, LehrerInnen und SchülerInnen, aber auch an kreative Nutzer, die an der Entwicklung von Virtual Reality und Augmented Reality interessiert sind. CoSpaces ist so konzipiert, dass auch Nutzer ohne Programmierkenntnisse einfache 3D-Objekte und Umgebungen erstellen können. Die Nutzung ist sehr intuitiv und zudem kompatibel mit Virtual und Augmented Reality. CoSpaces wird oft in Schulen eingesetzt, um SchülerInnen dabei zu helfen, kreative und technische Fähigkeiten zu entwickeln. Lehrkräfte können Projekte erstellen, die SchülerInnen bearbeiten können. Es eignet sich gut für Bildungszwecke, da es eine breite Palette von Möglichkeiten bietet, um Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und technisches Verständnis zu fördern. Ich habe einen kleinen Screencast für Sie zusammengestellt, indem ich Ihnen zeige, wie Sie beispielsweise ein Gewässer in CoSpaces nachbauen können. Dabei sehen Sie die grundlegenden Funktionen von CoSpaces und können sich im Anschluss selbst daran versuchen. Hier sehen Sie die Startseite von CoSpaces. Ganz oben links befindet sich die Galerie. Hier gibt es viele bereits erstellte Welten, die Sie durchsehen und wo Sie sich Inspiration holen können. Unter Klassen können Sie eigene Klassen erstellen und speichern. Wenn Sie auf CoSpaces und CoSpace erstellen gehen, können Sie mit der Anpassung Ihrer eigenen Welt beginnen. Hier gibt es viele Reiter und Einstellungen, die jedoch größtenteils in der kostenlosen Version gesperrt sind. In diesem Video verwenden wir zur Erstellung eine Empty Scene, also eine leere Szene. Hier befindet sich der leere Raum, in dem wir bauen können. Dieser ist, wie Sie sehen, begrenzt. Auf die Kamera in der Mitte des Bereichs gehen wir später noch einmal genauer ein. Um das Bild zu drehen, drücken Sie die linke Maustaste und bewegen die Maus. Mit dem Mausrad können Sie rein- und rauszoomen. Unten links unter Umgebungen können Sie die Umgebung auswählen, auf der Ihre Welt basieren soll. Hier gibt es auch wieder viele Vorlagen. Wir nutzen Wasser zur Rekonstruktion unseres Sees. Im selben Reiter unter Bodenbild können Sie eigene Bilder in Ihre Welt einbringen. Hierbei öffnet sich im Hintergrund ein Fenster, in welchem Sie Ihr Gerät nach dem gewünschten Bild durchsuchen können. Da wir diese Funktion heute nicht nutzen wollen, löschen wir unser Beispielbild wieder. Unter dem Reiter Bibliothek unten links befindet sich eine große Auswahl an Modellen, die Sie in Ihre Welt einsetzen können. Es gibt die Kategorien Figuren, Tiere, Gebäude, Natur, Transport, Gegenstände, Bausteine und Spezial. Unter jeder Kategorie befinden sich viele verschiedene Modelle. Auch hier ist allerdings wieder zu beachten, dass nur ein Teil der Modelle in der kostenlosen Version verfügbar ist. Um den Boden zu simulieren, benötigen wir die Fläche ganz vorne unter Bausteine und ziehen diese per Drag & Drop in unser Feld. Mit der Funktion Ziehen, um zu erhöhen, kann das Objekt auf der Z-Achse nach oben und unten bewegt werden. Die Funktion rechts davon heißt Ziehen, um zu skalieren. Hier kann man das Objekt vergrößern und verkleinern. Wie bereits angesprochen, wollen wir einen See nachbauen. Wir ziehen also unsere Fläche an den Rand unseres Feldes, vergrößern sie und verändern die Farbe, sodass diese bodenähnlich ist. Hierfür können wir mit Doppel- oder Rechtsklick ein Menü öffnen und unter Material die gewünschte Farbe auswählen. Hier kann auch die Deckkraft der Fläche eingestellt werden. Zusätzlich lässt sich das Objekt sperren. So kann es nicht mehr bewegt werden, bis es entsperrt wird. Um ein Objekt zu duplizieren, kann entweder per Doppel- oder Rechtsklick die Option Duplizieren ausgewählt werden oder altgedrückt gehalten und das gewünschte Objekt einfach als Duplikat vom Original weggezogen werden. Nach dem Verschieben empfiehlt es sich, die Flächen zu sperren, damit diese später nicht aus Versehen verschoben werden können. Wir umranden nun den ungefähren Bereich des Sees mit den großen Flächen und sperren diese immer wieder. Zum genaueren Eingrenzen des Bereichs können die Flächen kleiner gezogen werden. Dafür einfach nach dem Verkleinern die Flächen immer wieder duplizieren und an den gewünschten Ort ziehen. Zusätzlich nutzen wir noch die Kreisfläche und färben diese wieder passend ein. Hiermit sorgen wir für abgerundete Kanten. Diesen Vorgang wiederholen wir, bis die gewünschte Form des Sees vorhanden ist. Nun beschäftigen wir uns kurz mit der Kamera in der Mitte unseres Feldes. Wenn Sie oben rechts auf Abspielen drücken, verändert sich der eigene Blickwinkel zu dem der Kamera. Mit W, A, S und D kann man sich nun frei in dem Feld bewegen und wenn man die linke Maustaste drückt und die Maus bewegt, kann man sich umsehen. Wie Sie sehen, wird das Wasser hier als normaler Boden angesehen und man kann darauf laufen. Auf dem Pfeil oben links kommt man wieder zurück zur Bauansicht. Um unsere Seelandschaft realistischer zu machen, wollen wir nun Objekte um den See herum platzieren. Aus der Bibliothek können beliebige Modelle per Drag & Drop auf das Feld gezogen und platziert werden. Wir ziehen zunächst einen Baum in unser Feld und überprüfen im Abspielmodus die Größe des Objekts. Wir wollen den Baum gerne noch vergrößern. Mit Hilfe des Rotationsmodus lässt sich ein Objekt um 360 Grad entlang der Achsen drehen. Man kann Objekte um drei Achsen herumdrehen lassen. Die blaue Achse entspricht von der Funktion her dem blauen Kreis auf dem Boden. Im Translationsmodus können die Objekte in drei Richtungen verschoben werden. Auch hier gibt es den blauen Kreis auf dem Boden, mit welchem man das Objekt drehen kann. Im Translationsmodus kann mit Hilfe der Funktion unten rechts das Objekt vergrößert und verkleinert werden. Auch Objekte können gesperrt werden, damit man sie nicht aus Versehen verschiebt. Wir fügen nun nach demselben Prinzip weitere Objekte ein, um unsere Landschaft zu gestalten. Auch Objekte können dupliziert werden, indem Alt gedrückt gehalten und das Objekt mit der linken Maustaste verschoben wird. Sollen mehrere Objekte kopiert werden, müssen diese wie gewollt platziert und anschließend markiert werden, indem per Rechtsklick eine Rechtecke gezogen wird, das alle Objekte beinhaltet, die betroffen sein sollen. Anschließend können die Objekte durch Alt und linke Maustaste ziehen dupliziert werden. Dies machen wir so lange, bis wir mit der Landschaft zufrieden sind. Um Objekte zu löschen, wählen Sie das gewünschte Objekt aus und drücken Sie die Entfernen-Taste auf Ihrer Tastatur. Die Kamera im Zentrum des Feldes kann auch gedreht und bewegt werden, um diese am gewünschten Standort in der Welt zu platzieren. Wir wollen nun noch Tiere in unserer Welt platzieren. Diese können wir genau wie andere Objekte bewegen und einstellen. Außerdem können wir bei Tier- und Menschenmodellen eine Animation hinzufügen. Drücken Sie hierfür Doppel- oder Rechtsklick auf der Figur und wählen Sie unter Animation die gewünschte Animation aus. Die Figur wird diese bei Betrachtung durchgängig ausführen. Wir fügen nun auch Menschen in unsere Welt mit ein, welche ebenfalls Animationen ausführen. Es ist möglich, Modelle etwas sagen oder denken zu lassen. Dafür wird nach dem Doppel- oder Rechtsklick die Option Sprechen ausgewählt und anschließend der gewünschte Text bei Sagen oder Denken eingetragen. Gesagtes ist in Form einer Sprechblase dargestellt, Gedachtes in Form einer Gedankenblase. Durch das Hinzufügen und Animieren weiterer Menschen erschaffen wir so eine Szene, in der eine Klasse gerade die Gewässeruntersuchung durchführt. Betrachten wir nun unser bisheriges Ergebnis im Abspielmodus. Wir sehen die Texte der Menschen in Sprech- bzw. Gedankenblasen und dass alle Figuren ihre Animationen ausführen. Wir können in der Bibliothek auch eine beschreibbare Fläche auswählen und in unsere Welt ziehen. Mit Doppel- oder Rechtsklick öffnet sich ein Menü, in dem wir unserem Textfeld zunächst einen Namen geben können. Dies ist für den Code wichtig, wenn später damit etwas gemacht werden soll. Das soll an dieser Stelle jedoch vernachlässigt werden. Unter Text kann nun der Text eingegeben werden, welcher auf der Fläche stehen soll. Diesen kann man auch wieder bearbeiten oder im Nachhinein noch ändern. Der Text selbst kann auch verschoben und gedreht werden. Alternativ kann gänzlich die Position sowie Größe der beschreibbaren Fläche angepasst werden. Mithilfe des Translationsmodus kann die beschreibbare Fläche entlang der vertikalen Achse verschoben werden. Wir können Objekten auch eine genaue Position zuordnen. Hierfür ziehen wir uns das gewünschte Objekt in unsere Welt, wählen es aus und drücken A. Jetzt erscheinen überall blaue Kugeln, wo das Objekt hinplatziert werden kann. Indem Sie auf so eine blaue Kugel klicken, springt das Objekt von allein auf diese Position. Für unser Beispiel wollen wir eine Maus auf diesen Stein setzen. Auch auf einer festen Position können Objekte immer noch gedreht werden und wir können Figuren noch Animationen zuordnen. Die Kamera und somit die Bewegungsmöglichkeiten im Abspielmodus können ebenfalls angepasst werden. Mit Doppel- oder Rechtsklick öffnet sich hierfür ein Menü. Unter Kamera und Kameraführung können Sie zum Beispiel feste Positionen auswählen. Dies sorgt dafür, dass wir uns im Abspielmodus nicht fortbewegen, sondern lediglich umsehen können. Wenn wir diese Einstellung auf Fliegen umstellen, können wir uns nicht nur auf dem Boden fortbewegen, sondern auch nach oben in die Luft. Da wir die Möglichkeit zur Kollision aktiviert haben, laufen bzw. fliegen wir gegen die Objekte und Figuren. Wenn wir Kollision ausschalten, können wir uns durch Objekte und Figuren hindurch bewegen. Die letzte Kameraeinstellung ist Kreisen. Hier können Sie einen dünnen, gelben Kreis auf dem Boden sehen. Im Abspielmodus bewegen wir uns nun in diesem Kreis um unseren See herum. Wir können uns umsehen und nach oben und unten bewegen. Für unser Beispiel favorisieren wir die Einstellung Gehen mit Kollision, um die Szene möglichst reell zu gestalten. Das ist nun unsere fertige Welt. Schauen wir sie uns noch einmal an. Diese Welt können wir nun mit anderen teilen. Klicken Sie hierfür auf die Funktion Teilen oben rechts in der Leiste und dann auf Freigeben. Es öffnet sich ein Fenster, wo Sie Ihrer Welt einen Namen und eine Beschreibung geben können. In der kostenlosen Version kann man seine Welten nicht in der Galerie teilen, die wir am Anfang des Videos kurz angesprochen haben. Man kann sie lediglich ungelistet, also privat teilen. Sie kommen nun zu einer Übersicht über Ihre Welt. Wenn Sie auf die drei Punkte gehen, können Sie die eben bearbeiteten Freigabeoptionen erneut anpassen. Außerdem können Sie die Welt erneut bearbeiten. Hier können Sie auch die Freigabe stoppen, wenn Sie die Welt nicht weiter teilen wollen. Wenn Sie auf Teilen klicken, sehen Sie verschiedene Möglichkeiten, wie Sie Ihre Welt mit anderen Menschen teilen können. Das geht zum Beispiel über einen individuellen QR-Code, einen Link oder Codes, die innerhalb von Cospaces eingegeben werden können. Auch wenn das jetzt viel Input war, hoffe ich, dass Sie selbst einmal in Cospaces eintauchen und sich an einer kreativen Landschaft versuchen und diese Anwendung danach mit Ihren SchülerInnen testen. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Das geht zum Beispiel über eine Kreative 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 Kreative.